Mein Name ist Angelique Weinbrenner und ich arbeite bei der Rheinegie in der IT-Abteilung seit Oktober 2013. An meinem Job gefällt mir besonders, dass ich trotz dass ich in der IT arbeite, wo man ja immer denkt, ich sitze nur vor dem Rechner, ich sehr viel mit Arbeitskollegen zu tun habe und auch mit externen Dienstleistern und halt sehr viel mit Menschen zu tun habe. Die IT der Rheinegie macht besonders, dass wir nicht der Dienstleister quasi für die Fachbereiche sind, sondern der Partner. Wir sind von Anfang an dabei, von der ersten fachlichen Anforderung bis zur Umsetzung und wir machen das quasi gemeinsam mit dem Fachbereich. Wir haben uns agil aufgestellt, wir arbeiten in cross-funktionalen Teams und das macht uns wirklich besonders. Ich beschreibe die Rheinegie als sicher, verantwortungsbewusst und mutig. In meinem Job motiviert mich, wenn ich für den Fachbereich eine super IT-Lösung entwickelt habe, gemeinsam mit meinem Team, und der Fachbereich sich dann darüber freut und die Software auch gerne nutzt. Also dann kriege ich halt so Glücksgefühle, dann freue ich mich und das motiviert mich. Seit ich hier arbeite, seit diesen neun Jahren, mir war noch nie ein, ein Tag langweilig, weil wir immer neue Herausforderungen haben. Also gesetzlich, durch den Markt, die ganzen Anforderungen daraus purzeln, müssen wir immer digitalisieren. Deswegen, ich habe immer neue Themen, ich muss mich immer neu reinfuchsen und deswegen hier ist nie Stillstand. Es wird sich um die Mitarbeiter gekümmert. Wir sind nicht einfach eine Nummer, sondern man fühlt sich hier schon auch zu Hause. Auch durch die Arbeitskollegen, die sehr herzlich sind. Bewirb dich bei uns in der IT. Wir sind ein agiles Team. Wir haben viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Du kannst dich da frei entfalten. Ich würde mich freuen auf Zuwachs in unserer IT-Abteilung. Auch auf Frauenzuwachs. Ich versuche es, Herr Schau, das ist deine verlier. Ich versuche es, Herr Schau. Ich versuche dich die Western- WOW-�uf untuk bistJährung liegt. Und wenn du einzuf vermisstpute E absent правarn, wie es nicht v��igEN Hayır zu gegenüber Francis donor. Also sind die SENneck nicht nur zusammenge, bei mir da imbalance stories.